Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man diesen schönen Eierwärmer häkeln kann. Ich habe ihn in Sockenwolle gehäkelt mit drei Fäden gleichzeitig und mit einer Häkelnadel Nummer 3. Ich habe insgesamt 28 Luftmaschen angeschlagen und sie zu einem Kreis geschlossen. Man kann es dann um das Ei legen, um zu schauen, ob die Größe passt. Nun arbeiten wir in runden und zwar in festen Maschen. So lange, bis wir die gewünschte Höhe erreicht haben. Mein Eierwärmer hat nun die Größe von 8,5 cm und das reicht. Nun drücken wir das Ganze flach und häkeln es einfach oben zusammen. Das heißt, wir müssen vorne und hinten einstechen und machen eine Reihe feste Maschen. Wenn wir am Ende angelangt sind, schneiden wir den Faden ab und holen ihn durch die Schlaufe und ziehen es fest an. Anschließend den Faden vernähen. Nun kommen die Augen dran. Ich habe dafür vier Luftmaschen angeschlagen, sie zu einem Kreis geschlossen und in den Kreis insgesamt zwölf feste Maschen gehäkelt. Nun arbeiten wir in Runden weiter. Darauf ist zu achten, dass man jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, in jedem zweiten Loch wird zweimal eine feste Masche hineingearbeitet. Zwei Runden insgesamt so darüber häkeln. Den Faden großzügig abschneiden, damit man ihn nachher noch hat, für auf die Eule zu nähen. Als Pupillen habe ich zwei weiße Perlen gewählt. Man kann aber auch zwei Knöpfe verwenden, in schwarz zum Beispiel. Einen Faden gut vernähen auf der Rückseite und ihn anschließend nach vorne durch das mittige Loch stechen. Dann die Perle aufsetzen auf die Nadel. Sie durchziehen, die Nadel und anschließend die Nadel wieder von vorne in dasselbe Loch hineinstechen auf die Rückseite. Stramm anziehen und auf der Rückseite alles gut vernähen. Genauso verfahren wir auch mit dem zweiten Auge. Nun werden die Augen auf die Eule genäht. Darauf ist zu achten, dass man nur das vordere Teil durchsticht und nicht nach hinten, sodass in der Mitte alles hohl bleibt. Jetzt fehlt noch der Schnabel, den man in Gelb oder Orange aufsticken kann. Ich habe erst die Umrisse aufgestickt und dann das Innere ausgefüllt. Nun kommen noch die Ohren. Ich habe den Faden wieder doppelt genommen und ihn um meine Hand gewickelt. Viermal reicht. In der Mitte durchschneiden. Dann nehmen wir die Häkelnadel und stechen sie durch eine Ecke oben an dem Ohr. Nun legen wir die Fäden um die Nadel und ziehen die Nadel etwas durch, dass eine Schlinge entsteht. Dann legen wir die Fäden wieder um die Nadel und ziehen sie durch die Schlinge hindurch. Anschließend stramm festziehen. Mit dem zweiten Ohr verfahren wir genauso. Dann brauchen wir die Pinselohren nur noch in der gewünschten Länge abzuschneiden. Und damit ist unser Eierwärmer fertig. Und da ein Frühstück immer zu zweit schöner ist als allein, habe ich auch noch eine zweite Eule gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule